Jetzt noch ein Seven vs. Wild Song hat Paulina komponiert, gedichtet, zusammengestellt, gemeinsam auch mit einer Freundin und jetzt, ich wusste nichts davon, das müsst ihr jetzt schon mal vorab wissen. Es hieß so, bei meiner Geburtstagsfeier, 30er Feierfreunde, zack, setzt sich hin, plötzlich stehen da alle um mich herum und ich hab dir keine Ahnung, was jetzt passiert. Plötzlich sehe ich so, jeder hat so einen Zettel in der Hand und was hat Paulina gemacht? Einfach ein Seven vs. Wild Song komponiert. Also umgeschrieben, das ist eigentlich ein bekannter Song und gemeinsam mit einer Freundin, liebe Grüße nochmal, Sarah, danke. Geil gemacht, Sarah, geil, geil. Freunde, da schauen wir jetzt rein, jetzt gut aufgepasst. Der Seven vs. Wild Song, ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Der Dschungel sucht ins Wasserheim, der Meineke war so gemein. Die Insel hat dich auserlebt, dass er sich in der Wildnis weht. Die Frage ist, was nimmt er mit, ein Messer oder Fisch im Gift? Die Boduschel ist er zu Haus, deshalb ist er kein Kokoschmaus. Der ist total der harte Mann, wenn du dich aufschaust. Der Sascha hat schon riesen Schiss, doch eines, das ist ganz gewiss. Die Schlange dient ihm Allspringschur, dir immer alles Challenge pur. Der Tausendkopf fliegt er auch hier, denn Sascha ist das stärkste Tier. Bei ihm fliegt auch ein Krokodil, denn Sascha stellt halt richtig viel. Und da der harte Mann, wenn du dich aufschaust. Schaut ihr ihn an! Die Hände macht der Spande auf und schmeißt sich mit der Kugel drauf. Die Kokosnuss bezwingt er gleich und schlürzt sich in das Himmel rein. Und trotzdem will er doch nur heim im Arm von seinem Schatzi sein. Mit kaum Gewicht und Blöcken schlägt, Paulina stört das sicher nicht. Der ist total der harte Mann, wenn du dich aufschaust. Wir jagen Skandal am Robenstrand. Skandal mit Sonnenfall. Skandal und Sascha! Ja! Ey, es war so geil! Bist du wahnsinnig vorne! Ich sag's euch, es war einfach nur legendär. Danke, Schatz, nochmal. Es hat mich so gefeiert. Es war wirklich so cool. Na, es war so cool. Und alle, die da waren, ich küsse all eure Herzen. Es haben alle auch so mitgesungen. Alle haben mitgesungen. Also das wäre es noch halb so lustig gewesen. Vielen Dank für die krasse Party. Vielen Dank. Ey, so coole Freunde, Familie. Es ist mir eine so große Ehre. Dankeschön. Es freut mich. Das ist wirklich das, was im Leben zählt. Vielen herzlichen Dank nochmal für den ganzen Support. Und natürlich auch für euren Support, Freunde. Vielen herzlichen Dank. Natürlich auch für euren gesamten Support auf YouTube. Überall. Natürlich auch bei Prozis. Sascha 10 regelt. Ich küsse eure Herzen. Und freue mich, dass ihr Prozis so feiert. Aber das war's. Macht es gut, Freunde. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und jetzt dann in ein paar Tagen. Auf und enjoy. Fuck. Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus. Click it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation. Dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah. 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 Alright.